Vergessen wir nicht Urmel aus dem Eis, nein, hier vergessen wir Ursel aus Brüssel nicht. Die Lügnerin muss weg, sollte der Druck aufrechterhalten werden und jeder, jeder, der sprechen, schreiben und laufen kann, sollte weiter Druck machen, dass diese Frau irgendwann mal zurücktritt. Ursula von der Lüge wird sie hier genannt und das mit Recht. Untertitelung des ZDF, 2020